hallo leute ja wir sind hier unten in der ecke wo die hingelaufen sind und naja ich müsste jetzt mal schauen warum die hierhin gelaufen sind wenn ich da draufklicken sehe ich dass er hier ist warum das glaube ich aber nicht dass der grund ist dass er hier hin essen könnte überall attend meeting der will hier was mit dem treffen machen macht jetzt auch keinen sinn dass das hier unten ist ja jetzt müssen wir mal schauen ist da noch hier anders hier in der nähe hingelaufen nicht wirklich also keine ahnung warum wir jetzt hier runtergelaufen sind weil er hier ist das ein geist oder ghostly recruit ok da müssen wir noch gucken dass wir den tubul noxam muskier beerdigen damit er hier der geist verschwindet keine ahnung wo den seine überreste sind sterblichen ist das hier irgendwo zu sehen obul ist das obul seine neto wohl hieß ja nicht obul tubul tubul hier hier liegt das müssen wir beerdigen damit er für immer ruhe hat sehe ich auf jeden fall so ne right food ok das skelett ok das heißt wir müssen schauen dass wir da weiter kommen dass wir die beerdigen damit zum beispiel der geist hier verschwindet damit er seine ewige ruhe findet da machen wir gleich weiter ja dafür müssen wir jetzt mal schauen dass wir denen die aufträge geben bzw jetzt müssen wir mal schauen dass wir erstmal gucken da ist noch der dritte den wir haben weil der rest sind glaubt kinder ok das ist was macht er denn jetzt hier rat plant zieht der ist unterwegs und pflanzen zu das heißt wir kommen mit essen weiter das ist schon mal etwas wo hier mal ganz viele rüstungen dran das müssen wir auch gucken aber wir wollen ja erstmal schauen wo unsere boros sind kopfen wenn ich drauf klicke sehe ich wer da beerdigt ist genau dieses ist hier noch leer das ist für datan wenn ich das richtig verstehe und hier unten rock soll das ist könnte man das denn jetzt schon zu ordnen dem tobool this is a permanent part of the building forbid invisible text set here different i forbid aber nee geht nicht was ist das hier name this building nee remove this building nee jemals diese a ok wir haben dann noch was anderes wir müssen noch so eine zone haben place zu uns ok tom ich glaube wir müssen das mal so noch machen damit das auch in dem dementsprechend genutzt werden kann so das haben wir schon mal dann sollten wir vielleicht noch war das constructions nein furniture war das cabinet cabinet wie hieß das ding jetzt coffin hier heißt es burel so was wieder click a tile to place a burel receptor select a material after placement to use to keep building after placement to close to edge lose closest material ok das war wieder jetzt nix da oben wieder aha jetzt muss ich noch gucken wie ich die taste finde ne wo war das jetzt welche taste muss ich drücken um dass er das dauerhaft die schon mal nicht ah need coffin ok deswegen ging das nicht aber da ist ja erst mal einer gut ich glaube wir können mal die leertaste drücken damit das weiter geht und dann müsste man mal schauen ok das ist hier der geist der da rein soll das ist schon mal gut ok da kommt der nächste der ihn jetzt hier wohl hoffentlich aufbaut den tom den burel oder ein coffin weiß ich was es ist und ok das ist ok der wurde jetzt hier beerdigt oder ne da steht jetzt an einem tom ach so ne an einem tomt ist ja auch jetzt nicht schlimm sondern da muss den seiner überbleibsel sind da drinnen und hier ist annimmt ok das heißt wir müssen weitere coffins bauen das heißt coffins muss ich ja das wird jetzt schwierig lass uns mal über f1 gehen dann kommen wir da vielleicht schnell ein das war der kraftwerf shop das ist auch ein kraftwerf shop wo sind hier war der mason oder stoneworker mason mc coffin zwei vier also soll noch fünf gemacht werden ok jetzt ist die frage wer ist stoneworker ne this workshop is free for anybody to use ok das ist ja auch richtig so und wer macht sie dann das ist die frage haben wir einen stoneworker das gestaltet sich gerade schwieriger kann einer stoneworking machen das ist die frage ne kompetent miner der auf jeden fall nicht der auf jeden fall nicht amos miss planter habe das kann der auch nicht und der dritte metalwood planter ne es kann keiner stonework machen wohl das andere waren kinder die roten aber hier ist noch wir haben doch noch vier leute ok er hat auf jeden fall noch einen job frei ne labor ist hier dann machen er muss er leider stoneworker jetzt noch mitmachen ist das ein stone cutter und meiner haben wir haben wir meiner aber habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet kommen den machen wir so und macht das so und dann ist das erstmal alles gut jetzt ist die frage ob hier einer reingeht und das macht er sitzt jetzt hier ne ach das ist ein kind ok dann ist er das nicht der sah nur so vielleicht aus wo ist denn jetzt unser kollege war er das jetzt halt mal an den haben wir das zugewiesen weil du weil du hast eine ach so dann macht er alles oder was und das wäre ok weil du über das andere macht auf jeden fall alles ich weiß jetzt nicht ob er jetzt meiner dadurch wird oder nicht das ist die gute frage ne unser expeditions leader lass uns den mal folgen macht er das jetzt noch ja was macht er das ist die frage er geht jetzt zum pflanzen oder da hat er sich irgendwas anderes angezogen oder so kann das sein und er ist fürchterlich schwer beladen dass er so langsam läuft oder ist er verletzt oder ist er verletzt er ist gesund okay ich sehe jetzt hier irgendwo weiter aufhören ich weiß jetzt nicht warum er so langsam läuft hat jetzt eine spitzhacke auf jeden fall in der hand macht jetzt bitte was geht hier hin holt sich da ach ne räumt auf oder näher ne die spitzhacke ist noch da aber was er da war jetzt eine axt glaube ne was ist denn sein nächstes dingens da habe ich jetzt gar nicht geguckt das muss man ja auch hier sehen sleep okay geht schlafen okay das ist nicht verkehrt diese expense leader manager broker tableau distanz squat ist auch drinnen okay im doing fine Sollte sie ja haben. Das war die Übersicht, lieber nehmen nur. Also ich sehe jetzt hier nicht, was der nächste Job ist. Das macht nämlich jetzt gerade irgendwie nur da an dem Fass, was, da ist auch wahrscheinlich jemand, der tot ist. Aber eigentlich müsste ich das doch, ist das hier richtig? Das weiß ich nicht. Das muss ich schon wieder nachgucken dann, ne? Relation, Groups, Military, Swords, Personality. She has a great deal of patience. Ja, okay. Oberview, eigentlich müsste ich es hier sehen. Läuft einfach nur so rum, kann das sein? Das einfach nur so rumsaugen, könnte auch dadurch daran liegen, dass sie, sag schon, in der Squad ist. Kann das sein? Ne, in der Squad haben wir nichts gemacht. Ich weiß es nicht. Ich muss es erst wieder nachgucken. Leider, tut mir leid. Und wichtig wäre jetzt zu wissen, das war die falsche Richtung vom Dingens. Ich glaube noch tiefer. Ne, noch tiefer, ne? Ja, da ist es. Ist denn hier noch was passiert? Nein, es ist nichts passiert. Es sind immer noch keine Coffins gebaut und deswegen geht das auch nicht, ne? Aber die Coffin, doch, da war doch gerade einer drin, ne? Vier. Und es liegt auch einer da. Warte mal. Dann müssten wir ja eigentlich einen weiteren Coffin setzen können. Das war hier, ne? Furniture, Burial. Ja, geht. Und da haben wir keinen. Okay, einer wurde noch gemacht. Wollen wir mal schauen, dass die hier auch dann tatsächlich genutzt werden, ne? Da kommt jemand. Das ist schon mal gut. Der Coffin wird da hingebaut. Aber hier ist niemand drin, ne? Unnamed Tomp. Ich kann den auch nicht zuweisen, glaube ich. Das geht nicht. Schade drum. Auf jeden Fall wäre diese Person jetzt hier... Ach, guck mal, das ist das Kind, was aufbaut. Auch interessant. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass die schon sowas machen. Ich dachte, die räumen nur was weg und so. Keine Ahnung. Wann ist er fertig? Leertaste habe ich nicht gedrückt, oder? So, aber zugeordnet ist er natürlich nicht. Wir haben jetzt tatsächlich auch zwei freie Stellen. Wir haben aber noch Geister rumlaufen, oder? Und dieser Toubon, oder wie hieß er, der ist ja auch nicht zugeordnet, oder? Der ist sogar zu- und unnamed, oder? Ne, da sind hier Uwasch-Reste drinne. Und da sind sogar mehr... Ach, so... Warte mal, da ist eine Hand drinne und Dingens, weil er mehrteilig war. Wie makaber. Also wir haben hier noch weitere Möglichkeiten, allerdings etwas schwierig. So, 1137. Ne, das geht dann tiefer. Wir müssen höher. So, und hier ist aber doch noch... Definitiv sind noch vier Möglichkeiten da. Ja. Aber Workers haben wir hier keine, oder? This workshop is free for anywhere. Worker orders. Works orders can be added. Ja, okay. Das ist alles jetzt nicht das Entscheidende. Jetzt kommt er hier und macht... Ah, er baut den nächsten Kopf hin. Wer ist er denn, dass er das tut? Okay. The dead walk, hide while you still can. Oh, der nächste Angriff. Ja, das heißt, wir sind jetzt kurz vorm Ende. Es ist klar, ne? Ich hab da keine Chance, sozusagen. Wir sind, glaube ich, ein bisschen viel mit denen unterwegs, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, das ist, äh, ja. Unser Squad ist hier, aber... Assign a kill order. Den, 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 den und den. Und confirm. Tja, aber ob das was wird? Sehen wir an der nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Vielleicht ein bisschen hart für uns, aber... Ist halt so. Müssen wir mal gucken, wenn es vorher kaputt ist, machen wir ein neues. Und dann müssen wir schauen, dass wir da vielleicht ein bisschen taktisch anders vorgehen. Mit so einem Angriff. Kann ich auch nicht erinnern. Ist halt so. Ich glaube, als ich früher da Vortoers gespielt habe, kamen die nicht so oft. Vielleicht habe ich da auch irgendeine Einstellung nicht richtig. Kann auch sein. Weiß ich jetzt nicht. Alles klar. Ich sage erst mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich sehe gerade die Stimmung von dem einen. Die ist auch noch gefallen auf diese Schufe. Jetzt vielleicht hat es aber auch mit dem Angriff zu tun. Weiß ich nicht. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020